Körnz, was machst denn du hier? Servus Marc, ich bin heute wieder angekommen und ich muss sagen, ich habe den Stadern hier vermisst. Aber irgendwie ist es doch schon komisch hier, oder? Ja, irgendwas fehlt hier. Keine Fans, keine Stimmung, einfach komisch. Was glaubst du, ist der Harry da echt bedenkt? Die Sommerpause war jetzt schon richtig lang. Jetzt wird echt Zeit, dass wieder richtig Stimmung da ist. Ich kann ja sagen, was er denkt. Erstens freut er, dass er sich mit uns hier wieder quälen kann. Und es freut sich auf Sommerfest am 11. September. Wow, das wird eine coole Sache, mit all den Fans, die Emotionen. Und dann geht es wieder endlich los. Die Fans, die stehen immer hinter uns. Ich glaube, das pusht die Jungs ungemein. Ganz viele Trainer sagen auch nach den Spielen, wie die Stimmung, wie unfassbar gut die ist. Und da freuen wir uns schon drauf. Und deswegen gibt es keinen einzigen Grund, warum man die 1.000 Dauerkarten nicht schaffen soll. Also, bock mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020